Eeeeeeejo Hehehe Ach du Scheiße Eeeeejo Wieder einmal eine wundervolle Runde im W2 Kann doch nicht wahr sein Häh? Ja ok Monster team Ja ich reg Jungs ich hab keine Shotgun man Ah Einer oben auf Brücke Ja Ja Alles klar Hä? Achja moin Ja äh letzter A Zeit Also direkt A Genau A Er geht jetzt Genau A Spot Ganz genau A Spot Ja Guck mal Ich hab gerade gesehen ja Wie kann man mir so Memes schicken Kevin? Hallo Die schicken sich hier noch Memes Ach geil Sie haben ja nicht gesagt guck mal ich hab dann unten unterlaufen Das ist ja nicht gehör Da sitzt ich Da sitzt ich Miu Dass der da was platziert hat Hm Hmhm Ok Motivation genommen Destroyer Ja Ja Clemons abschaffen Amore Clemons abschaffen Und ich bin wieder weg Ja Kannst vergessen sobald der erste anfängt zu schießen hast du keine Chance mehr Ich hab äh A oben mit dem Maus Ähm Dankeschön Was Du solltest bleiben Nein 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 Ich war ganz voll erschrocken Ich hab nicht gedacht dass er ein Gegner ist Ja ich bin Ich hab mich auch bisschen erschrocken als Sneaks zweimal an mir vorbei gelaufen ist Als ich da am planten war Echt jetzt? Ja Ich dachte schon was macht Kevin Habe ich dann auch dumm geguckt Kevin verspielts wieder einmal Oha Kevin Oha Kevin Ah da hab ich mich alles War knall Messern Nicht hinrennen und dann versuchen noch zu schießen Messern Revolver halt Ja ich wollte Revolver helfen machen So Robin Was willst du Reto ich geh jetzt noch schlecht Was willst du ich mach gar nichts Ich sehs Einer Einer ist mit da unten Flash die Bitch Hey man Es ist schon wieder ein Lück Hello Woll mal Oh doch Also ab und zu wenn man so Lück zuschaut Man Im Heißlein und im A Ja Und A Spot war einer Ja Mal Robin ich wollte grad Reh dran Hinterher chicken Ja Vergiss das Jung Ich will die ganze Zeit genutzt man Da links stand ein Loch Fuck Alter Oh wattman Excellent you Willst du da grad irgendwie Rasen mähen oder Unkraut jäten Nüm talant DU BÖ Otherwise Ach so aber DEN Mess hast du dann wieder Jaja Ja so bienspams bin Behinderter Du just high ground Ja ich hab High ground Du hast High ground Natürlich Gleich Ich meine er hatte high ground Istanbul war die威der zun Love my power wheel High ground WIRd da Orb gewissen Der High-Ground-Poke. Aua. Okay, ich treffe nichts. Ja, aber... Wie viel schluckst du? Ein Geschütz oben bei A. Du hältst einfach drei Dreier-Bursts aus. Perfekt. Finde ich gut so. Wat? Okay. Oh. Oh, gut, das... Dankeschön. Ich weiß nicht, wer hat die Nate da unten gerade reingeworfen? Xenron. Xenron, weil von der bin ich gerade weggehabt. Er hat es nicht geschafft, es bis in die Tür reinzuwerfen. Es ist vor der Tür explodiert. High-Ground. Ja, ja, ja. Zwei Mitte. Geht doch, Alter. Abschluss bestätigt. Nein! Nein! Es ist auch immer nur Lück. Ich bin viermal gestorben. Und alle viermal wegen Glück. Da ist Lücker wieder. Ich hab einfach mal den Robin-Move gemacht. Du musst ab eineinhalb Meter einfach e-spammen wie behindert. Da waren meine Mutti alle. Ja. Ich... Ja. Jotaro. Du bist auch Mongo. Jotaro. Nani. Jotaro des. Ja, Kevin. Ist ja mit der... Nein, nicht Huhn! Man! Woher kommen die alle immer? Ey, ich bin fünfmal gestorben. Und fünfmal wegen Glück. Ah, bitte. Und das Ding ist, Glück hat auch nur fünf Kills. Soll es nicht sein. Hab mich auch schon getötet. Der Andretor. Ne, ne, ne. Na gut doch. Ne. Na gut doch. Mich hat kein anderer gekillt. Der ist B gerannt. Der ist über unseren Spawn hinten raus und dann Richtung B. Ihr würdet mich das niemals erwarten. Nö. Ich bin so Mission Impossible. Ja. Mehr Impossible als Mission. Ja, ich meine, komm schon, ey. Er wollte an der Holzleiter springen und hat komplett den Abgang gemacht. Ich hab mich halt an der Ecke gestoßen. Ja, eh. Mehr Impossible als Mission, Mann. Und dann. Ich stehe jetzt in der Mitte wieder mit Sniper, ich stehe hier kein bock mehr. Ach, ich bin 2A, Ehre. Die Ehre. Die Ehre, Luder. Ich bin gefaked. Ey, chill! Was, ich bin gefaked? Faker. Für Ehre. Für die Ehre. Digga, was war das für ein Strei halt? Ausdruck. Gib zur Bombe. Was war das halt für ein Schrei? Nein, ich wollte grad... Oh. Er macht noch eine Ehrenrunde. Ja. Good Job, Team. Ja. Ja, gut. Du wirst auch nichts finden, gell? Kannst du hinderen, wo du willst? Ja, stimmt. Juuu. Moin. Ja. Ja, und Kevin mit seinem P90, gell, kann über 10 Kilometer schießen und trifft alles. Okay. Natürlich. Ja. Ist halt ein easy Snick für ihn. Nein, Leute! Bitte schild doch mal! Da sind 2A. Mitte. Mitte. Also er war Mitte. Kann A drin sein? Richtung A gelaufen sein? Oder B? Kann, hätte, hätte. Über diese Loch da. Über diese Loch da! Ah, kann er kommen über diese Loch, okay? 250, 250. Ich hab ihn nicht gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, wo er hin ist. Spawn. Hä? Ja, oben aus dem Dach. Ich wusste nicht, was man da hoch kann. Aus dem... Hä? Oh, fach! Er hat so dein Leid durchgespielt. Du musst auf den Container drauf springen und dann vom Container aufs Dach. Ja, so ungefähr, ja. Ja. War zwar selbst noch nicht drauf, aber so ungefähr hab ich's schon gesehen. Ey, Mann, ich bin auch nicht mal drüben. Hallo, Ritter. Könntest du nächstes Mal den mir überlassen? So, maybe? Vielleicht? Achso, muss das ein Messer? Nee, aber töten. Spawn, spawn, spawn. Von uns oder von denen? Von denen. Ah, wer lebt eigentlich noch? Ah, Robben. Dann kann ich ja rumrennen. Dann ist er... Der ist nach rechts. Also von mir aus gesehen nach rechts. Wo bist denn du? Fang? Fang? Fang! Vorsicht! Nein, Leck! Hast du passt schon? Hä? Was? Passt doch. Nee, ich hab schon gehört, dass noch eine Samtex geworfen worden ist. Ja, weil... Warten. Alles klar. Und los geht's. Ich hab das Fenster leider nicht getroffen. Achso. Achso. Weil ich hab jetzt gedacht, dass die Granate ja zu richtig fliegt, aber dann ist sie irgendwie mitten im Flug 20 Kilo schwerer geworden. Oh, oh. Sorry. Okay. Was drückst du immer? Ich wollte auf W drück auf gehen. Habe ich etwa. Ja, alles klar. Kevin wieder ganz Mitte unten. Schießt er mit Sniper wieder ganz krass unterwegs. Mit der Sniper? Mit der Sniper? Mit meiner Kraft unterwegs. Hi. Hey! Hey, Reto, was kannst du? Haha! Erstmal Reto wieder anficken. Ey, Reto, was kannst du eigentlich? Hallo? Reto, Mann. Hey, wake up! Pfff! Ich muss da nochmal was gucken. Ich hab mein Plan. Ich auch. Ich hab aber nicht das Gefühl, dass mein Plan funktionieren würde! Achtung! Ich hab irgendwo jemanden geflasht. Ja, vielleicht mich, maybe. Ja, es ist Robin. Auch viel Spaß damit, Kevin, Alter. Das gab's jetzt zu Recht. Ja, von mir aus. Ja, aber nur von dir aus, Geh. Versuch jetzt hier Sneaky vorzugehen. Sneaky, Sneaky. Kevin? Denkst du, sieht mich? Da. Was machst du da hinten eigentlich noch? Ich hab ja gesagt, ich geh Sneaky vor. Was machst du da hinten noch? Sneakt. Ja. War bei dir am spawnen. 30 Sekunden. Ja, ich hab noch die Bombe geholt. Achso. Ey, Hilfe, hallo. Ey, Hilfe, hallo. Brauna, ganz ruhig. Mann, Zenron. Mann, jetzt mach den doch. Ey, nein. Oh Mann. Jetzt lebt da noch einer, ne? Ey. Ja, ja. Das ist richtig gefährlich. Ganz ruhig, Brauna, hab ich doch gesagt, Mann. Ich seh dann auf einmal so'n Kopf wieder so'n Shake und jetzt kurz Ricardo. Ich hab doch gesagt, ganz ruhig bleiben, Brauna. Da laufen sehen. Ich denk mir so, wo bist du jetzt? Und auf einmal sich so'n Kopf so rumzackt. Und ich so, oh, scheiße. So, also nochmal. Ich geh Sneaky vor. Ja, okay. Da, da, da. 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 Sneaky, Hilfe. Sneaky. Hä? Ich kann nicht, Luke, du bist eine kleine. Warum immer direkt in's der Kamera? Ich schwör's dir, ich kann nicht ein... Ich hab nicht das Gefühl, dass das hier funktionieren wird. Ja, Hammer. Wie ist denn Nachricht, da ich der Letzte bin? Kommt aber auch immer richtig früh. Ah! Er liegt wieder oben im Trimhaus, Mann. Nein, nein, das ist falsch. Doch, natürlich tut er das. Nein, nein, ich saß. Natürlich tut er das. Ich saß. Musst du auch. Natürlich. Warum sind die Leute in meinem Team immer zu blöd, um Flashes zu werfen? Ich glaub's. Ich will dir jetzt keine Beschwerde über die Team-Aufteilung hören, gell? Hehehe. 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 Hey, Mann, ist... Ja, wahrscheinlich! Vor allem, du spektest ihn die ganze Zeit. Guck mal, wie Sneaky ist. Hehehe. Hehehe. Stealth ist möglich. Kevin. Minigun. Hehehe. Hehehe. Stealth Option. Minigun. Hehehe. Hehehe. Looks klasse. Muss das jetzt hier regeln. More power. Alles klar. Ohhhh. 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 Robin ist low. Die Stimition ist schon mit dem E-P-Summer. Okay. Ich seh mal mit der Rounds sichtlicher. Ja. Nein! Nein! Ähm. Wer kann denn mal bitte aufhören, so scheißdreckst? Jungs, ich bin wieder da. Ja. Hast du gut gemacht? Hehehe. Ich bin aus den Zuschauern. Das ist nichts. Nein. Was ein Ehrenmann. Einer oben im Haus. Ich wollte Klasse ändern, dann bin ich außerdem über dir. Ahhhh. Er ist wieder schneller am Messer, bevor er schießt. Mal schießt. Ja. Es ist als ob der die einfach nur in die Presse gehauen hätte. Ja. Was? Schießen. Keine Option. Einfach mal Messer durchziehen. Kannst du jetzt auch vorstellen, was passiert, Luke? Dominik hat mich auch enttäuscht. Er hat gesagt, er nimmt meine Klasse. Ja, Digga. Es sind Mindgames. Richtig enttäuscht hat er mich. Das nennt man Mindgames. Das nennt man enttäuschend. Ja, okay. Von mir aus auch so. Ja, schon unten. Der kommt jetzt da raus, oder? Ja. Okay, der ist da ganz schön schnell rausgelaufen. Richtig. Gott Stress. Ich bin auf der Minimap sichtbar. Das ist nicht so. Oben. Hallo. Triple. Ja. Es tut mir leid, Martin, ey. Nein. Ich hab vergessen, dass es noch nen zweiten Weg gibt. So, jetzt aber, Luke. Ja. Perfekt, let's go. Ja, wahrscheinlich nimmst du jetzt das Ding. Nie im Leben. Aufstil. Habt ihr den geflasht? Ja. Mann. Was steht denn Reto da noch? Ich hab gedrückt. Der Knopf ist wirklich kaputt. Der Knopf ist wirklich kaputt. Ich schwöre es. Ich habe gedrückt. Jetzt funktioniert's. Ist klar. Drecksspiel, Mann. Ich hab so schnell einen Doppelkill gemacht. Ich schwöre, ich habe gedrückt. Noch mehr drücken geht nicht. Wenn ich noch mehr drücken, mach ich den Knopf noch mehr kaputt, als er eigentlich schon ist. Alter. Alles klar. Ja, da war's halt. Ehrenmann. 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 Ich hab Stampeld. Ich hab Stampeld. Ich hab Stampeld. Hä? Oh, man geht's um. Ich hab Stampeld. Ich kann nix machen. Robin, danke. Bitteschön. Ja, du warst ein Leier. Du warst ein Leier. Feuer. Du hast immer noch Stampeld. Ja. Du hast immer noch Stampeld. Ja. Das würde Snape-Clack-E-Sale-Pression stimmen. Durchgehend hör ich schießen. Also ich bin der Meinung, die müssten jetzt eine Runde aufgeben, weil Lück ihn so gedemütigt hat. Ja, okay. Eine Runde könnt ihr haben, von mir aus. Nein, hallo. Jetzt. Lück, oder? Du sagst nicht zu Null. Du sagst nicht zu Null, das ist mir alles scheißegal. Ja, bis gut. Geht wieder. Ja, definitiv. Ja. Ich möchte jetzt Lück einmal dafür töten. Er hat Reto so gedemütigt. Äh. Gruppen kuscheln. SA Haus. Er schreckt mich nicht so. Wenn der das klatscht. Ich schwöre ich disconnecte. Und besser. Und besser. Und besser. Ich bin der Wunderkirchen hinterher. War zack zack weg. Er weft einfach komplett alles weg. Ja, alles klar. Es ist Reto, der sich auf ein Holzsteg legt. Ich dachte schon. Das war mir getarnt auf dem Holzsteg aus Camouflage an. Das war aber nicht gedeckt getarnt. Das war. Oh Reto Junge. Als dass du dich unten drunter legst. Ich dachte, der liegt da einfach da und da. Ich dachte sowas. Wer hat ihn jetzt getroffen? Und mit dem bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.